Seit über 100 Jahren sichern das GZH Spital Wetziken die medizinische Grundversorgung in der Region. Mit unserem Neubau und modernster Technik können wir sie auch in Zukunft bestens versorgen. Vor allem, wenn es schnell gehen muss. Ich stand auf dem neuen Helilandeplatz. Von hier sind wir dann schnell im Notfall oder auf den Abteilungen. Wir bieten vom Eintritt ins Spital bis zur Rehabilitation das ganze Spektrum der Gesundheitsversorgung an. Ohne unsere Mitarbeitenden wäre das alles nicht möglich. Sie geben Tag für Tag und Nacht für Nacht alles für die Menschen im Zürich Oberland. Auf diesem stabilen Fundament schauen wir in Zukunft.